Hallihallo, ich begrüße euch recht herzlich. Ich hoffe, ihr konntet dem Bild als auch dem Titel schon entnehmen, dass wir heute irgendwie eine feste Sitzgelegenheit brauchen. Sprich, entweder die Couch, ein Stuhl, ein Hocker, irgendwas, was nicht wegrutscht. Das wäre super. Ja, ansonsten Mathe wie immer. Wir starten jetzt mit der Wärme und dann gibt es nämlich ein schönes Intervalltraining, was wir 30 Minuten lang machen und am Ende heute mal mit einer etwas längeren Entspannungssequenz. So, starten wir. Im Wechsel auf die Zehenspitzen drücken, immer so hoch drücken wie es geht, bis auf die Ferse wieder runter und wir nehmen die Arme mit nach vorn und knicken die Hände, die Handgelenke nach oben beziehungsweise unten ab und bewegen die Arme dabei ganz locker nach rechts und links, also nach außen und ziehen sie wieder nach vorne. Und immer wieder richtig auf die Zehenspitzen hoch drücken. Und zieht die Hände ruhig mit Kraft in beide Richtungen, nicht nur ganz locker, sondern schon mit Kraft. Vielleicht merkt ihr sogar schon eure Unterarme. einmal noch die Arme zur Seite ziehen und wieder nach vorne. Und dann könnt ihr die Arme runternehmen und im Wechsel die Knie vorne hochziehen, die über Kreuz antippen, bleibt schön aufrecht, feste Körpermitte, also Bauch nach innen ziehen und dann die Beine eindrehen, Ferse oder Wade antippen. Und dann immer im Wechsel jeweils einmal Knie rechts links, Fuß rechts links. Knie rechts links, Fuß rechts links. Immer jeweils einmal antippen. Wenn wir die Knie antippen, boxt ihr zur Seite. Wenn wir die Fersen antippen, boxt ihr nach vorne. Knie zur Seite, Ferse, boxt ihr andere Arm nach vorne. Macht in Ruhe. Macht in eurem eigenen Tempo. Wenn wir keinen Takt der Musik. Nach vorne. Einmal noch. Und locker lassen. So, locker tippen. Dabei die Beine öffnen und schließen. Und auch die Hände aufmachen und schließen. Ganz locker erstmal. Ganz locker. Schultern bleiben locker. Beine geschlossen lassen. Leg mal die Arme hinter den Körper. Wieder stehen bleiben. Und im Wechsel zur Seite auftippen. Ein bisschen tiefer gehen. Rücken bleibt aber gerade. Wieder hochkommen. Erstmal den entgegengesetzten Arm zur Seite rüber schieben. Richtig rausschieben. Und auch das Bein richtig lang machen. Oberkörper mit rüber lehnen. Und dann machen die Beine an sich das Gleiche. Mal die Arme wegnehmen und den Arm auf der gleichen Seite mit rüber ziehen. Da kommt jetzt deutlich mehr Spannung in den Arm und in den Oberkörper. Den Arm auch lange festlassen. Relativ ruckhaftes Abbremsen. Und dann bleiben wir mal nach rechts rüber gelehnt. Der Oberkörper bleibt so. Und jetzt nur das linke Bein abspreizen, senken. Der Oberkörper bleibt rüber gelehnt. Spürt ihr die Spannung in der Seite. Fuß Richtung Körper ziehen. Das Bein mal oben halten. Halten, halten, halten und locker lassen. Seite wechseln. Erstmal ruhig den Oberkörper rüber lehnen. Zehenspitzen tippen auf. Oberkörper bleibt rüber gelehnt. Und das rechte Bein heben und senken. Fuß wieder Richtung Körper ziehen. Bauch ist fest. Oben wieder halten. Und locker lassen. Wieder tippen. Zügig nach unten boxen. Die Beine bleiben geschlossen. Und ihr gebt richtig Gas. Arme und Beine so schnell bewegen wie es geht. Ziehen, 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 ziehen. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Noch vier. Drei, zwei, eins. Und einfach hüftbreit stehen bleiben. So wie eure Füße gerade sind. Arme nach hinten nehmen. Und Kniebeuge machen. Mit dem Po wirklich richtig runter. Fersen bleiben am Boden. Rücken gerade lassen. Schaut schräg runter. Zieh eure Schultern nach hinten. Weiter so die Kniebeuge machen. Und die Hände, die Arme mal nach vorne. Nehmen Finger ruhig ineinander. Und beim Tiefgehen jetzt die Arme beide zusammen hochziehen. So hoch wie es geht. Ihr schaut aber schräg nach unten. Ihr schaut nicht den Händen hinterher. Einmal noch. Und dann wieder oben bleiben. Nochmal locker tippen. Die müssen schneller werden. Und wieder richtig Gas geben. Immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und dann nochmal Hüftbreit stehen bleiben. Nochmal Kniebeuge. Jetzt aber beim Hochkommen auf die Zehenspitzen drücken. Tiefgehen wie sonst Skispringer. Arme auch nach hinten ziehen. Und dann nach oben rausziehen. Auf die Zehenspitzen drücken. Spann da gleich alles an, dass er nicht rumwackelt, nicht rumtippelt. Lang machen. Lang machen. Keine X-Beine machen bei den Kniebeugen. Darauf achten. Einmal noch. Und bleibt noch mit Zehenspitzen stehen. Halten, halten, halten. Und runternehmen. Okay. Seite, Seite mal. Anfersen. Fuß hinten richtig schön hochziehen. Und dann mal nicht ganz so deutlich an. Anfersen. Und zwar eher hier so ein bisschen hin und her springen. Wie beim Skaten oder beim Langlauf, beim Skitlaufen. Rechts, links. Und dann zieht er den Fuß hinter der Bade lang. Ruhig mit der Hütte noch ein bisschen tiefer gehen. Rechts, links, rechts, links. Und dann öffnen wir den Stämlein. Deutlich weiter öffnen als Schulterbreit. Wir gehen tief. So tief wie es geht. Und auftippen unten. Wirklich mit dem Po richtig runter. Und der Rücken soll gerade bleiben. Der Hasen bleibt auch hier am Boden. Ja, wenn der Rücken krumm wird und ihr nur hier die Bewegung von der Größe her macht. Das ist auch völlig okay. Ja, jeder wie er kann. Bleibt gerade im Rücken. Einmal noch. Und oben bleiben. Einmal noch tippen. Beine hier. Einmal noch locker auf dem Zug. Nochmal geschlossen lassen. Aufs rechte Bein stellen. Liegt das Bein vorne und hochnehmen. Bleibt wirklich gerade und das Bein hier bohren und strecken. Arme und Schultern hängen runter. Bauch richtig ranziehen. Und das Bein wirklich so lang machen wie es geht, dass die Spannung auf den Oberschenkel kommt. Ja, ihr könnt es auch hier unten machen. Je nachdem wie beweglich ihr seid. Seite wechseln. Feste Körpermitte bleibt. Nicht einknicken. Nicht ins Hohlkreuz ziehen. Und das Bein wirklich immer wieder ganz, ganz lang machen. Und wieder runternehmen. Einmal mal ganz locker wippen. Arme sind noch kurz ganz locker. Ihr könnt auch keine Hüpfer machen. So, dann einfach mal auf der Stelle weitergehen. So soll eine Erwärmung schon reichen heute. Jetzt kommt es in der Reittraining. Wie gesagt, es geht 30 Minuten. Wir machen immer 45 Sekunden die Belastung. Und wirklich 15 Sekunden Pause. Beziehungsweise könnt ihr da die neue Position einnehmen. Ich zeige die nächste Übung. Das meiste ist im Stehen mit dem Stuhl und ohne Stuhl. Es gibt aber auch ein paar Übungen, die dann unten auf der Matte sind. So, wir starten mit Ausfallschritten. Ausfallschritte kentern. Ihr nehmt den rechten Fuß nach vorne. Ferse hinten ist oben. Bleibt immer aufrecht. Und dann auf- und abbewegen. Ja, wenn ihr unten seid, könnt ihr immer noch die Zehenspitzen gerade so sehen. Arme locker lassen. Gleichmäßig weiteratmen. Und immer jeder in seinem Tempo. Noch 15 Sekunden. Und oben rein. Guck mal kurz ausschütteln zwischendurch. So, andere Seite. Füße zeigen. Wieder beide direkt nach vorne. Ferse hinten ist jetzt schon oben. Und dann wieder auf- und abbewegen. 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 Ja, bleibt wirklich fest wieder in der Körpermitte, da so stabiler steht ihr auch, einen ruhigen Blick, also Punkt fix hier mit den Augen und schiebt euch wirklich richtig hoch. Immer weiter, immer wieder richtig hochziehen und ausschütteln, bevor wir gleich die andere Seite machen, entweder zur Seite auftippen oder hampeln, ja alle ziehen die Arme auf Schulterhöhe hoch, auch beim auftippen, danach drücken wir uns dann erst auf der anderen Seite, auf die Zehenspitzen. So, auf geht's. Ich mache den Hampelmann, aber wie gesagt, ihr könnt gerne, wenn ich springen mag, im Wechsel zur Seite auftippen. Geht da ruhig dann mit der Hüfte ein bisschen tiefer. Und wieder locker lassen, kurz ausschütteln. Wieder tief durchatmen und dann stellen wir uns aufs linke Bein. Denkt dran, Körpermitte wieder festmachen und ihr drückt euch einbeinig dann gleich immer wieder so hoch, wie es geht. Los geht's. Vielleicht ist die Seite wackeliger oder geht besser. Man hat ja meine Lieblingsseite. Und wieder ausschütteln. Jetzt kommt nochmal der Hampelmann oder eben wieder nur zur Seite auftippen und tief gehen, weil ich tiefer gehen einfach, ja. So, noch vier Sekunden Pause. Nochmal lockern und los geht's. So, noch vier Sekunden Pause. Nochmal lockern und los geht's. Und wieder kurz ausschütteln. So, jetzt gehen wir an den Stuhl oder wie gesagt, Couch, Hocker, wie auch immer. Relativ weit vorne sitzen. Ja, nicht zu gemütlich machen. Brust raus, Bauch rein. Und jetzt die Beine hier öffnen und schließen. Und knickt nicht ein. Wem es vielleicht zu wackelig ist, der hält sich ein bisschen fest. Während sich vielleicht der Rücken gerade. Mein Stuhl wackelt. So. Und zieht die Beine hier immer wieder richtig weit hoch. Ja, aber wirklich auch immer richtig ranziehen. Noch fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Absetzen. Nächste Moment zeige ich. Und zwar, hängt so ein bisschen jetzt davon ab, wie viel Kraft ihr habt, also wie hoch eure Sitzgelegenheit ist. Ihr stellt euch bei der ersten Moment das rechte Bein. Setzt euch hin und kommt wieder hoch. Hinsetzen. Hochkommen. Wenn es nicht geht, macht ihr Kniebeuge und tippt einfach nur an mit den Oberschenkeln. Ja, ansonsten versucht euch schon kurz hinzusetzen und hochdrücken. Nicht auch runterplumpsen. Ja, schon mit Gefühl hinsetzen und hochdrücken. Macht nicht zu schnell. Immer noch nicht runterplumpsen. Wenn es nicht mehr geht, wenn es vielleicht zu lang ist, könnt ihr auch zu den Kniebäumen übergehen. Aber nicht zu viel schummeln. Und nochmal hinsetzen. Wieder alles ausschütteln. Locker. Wieder relativ weit vorne sitzen. Wir machen die Bewegung hier gleich nochmal. Aber schüttelt die Beine nochmal aus. Brust raus. Bauch rein. Und dann hier öffnen, schließen, öffnen, schließen. Arm und Schultern bleiben locker. Atme nicht vergessen. Noch zwölf Sekunden. Noch fünf, vier, drei, zwei, eins. Und wieder locker lassen. Kurz ausschütteln. Und dann natürlich aufs linke Bein stellen. Und tief gehen. Hochkommen. Oder ihr macht nochmal Kniebeuge. Ja, je nachdem. So, also aufs linke Bein. Hochdrücken. Hinsetzen. Hochdrücken. Hinsetzen. Nicht plumpsen. Ja, schon versuchen mit Gefühl sich hinzusetzen. Auch schön Gleichgewicht halten. Das ist natürlich auch ein großer Aspekt bei der Übung. Neben der Kraft. Und locker lassen. Kurz mal ausschütteln. Nächste Übung. Also schon Kniebelauf im Laufschritt. Wenn ich renne, kann ich laufen. Kannst du die Beine bitte so umwechseln nach oben. Ja. So, nochmal tief durchatmen. Und los geht's. Versuch die Beine wirklich richtig hoch zu ziehen. Egal ob jetzt langsamer oder schneller Tempo. Ist egal. Aber hoch. Mal weiter, mal weiter lang. Nicht flacher während der Bewegung. Zehn Sekunden noch. Und locker lassen. Nächste Übung. Gegenpart dazu hier am Fersen. Ja, auch hier gerne mit Fersen hochziehen hinten. Nochmal tief durchatmen. Und los geht's. Wer kann, macht auch ein bisschen schneller. Zwanzig noch. Und locker lassen. Wir gehen wieder in den Stuhl. Bisschen was für die linke Arm. Ja, hier Trizeps. Hände vorne ran. Füße stehen hüftbreit. Hüfte erstmal ablösen. Und jetzt die Arme beugen und strecken. Elbungen gehen nach hinten weg. Lass den Körper ziemlich dicht am Stuhl, am Locker dran. Wem ist so zu leicht ist, der streckt die Beine aus. Ja. Macht hier. Also je länger sie sind, desto schwieriger wird's. Ja. Intensität selber steuern. Noch 15 Sekunden. Zieht durch. Kämpft euch durch. Nicht abbrechen. Noch 5. 4. 3. 2. 1. Rauch setzen kurz. Ausschütteln die Arme. Bei der nächsten Übung lassen wir die Arme immer gestreckt. Lösen die Hüfte aber auch wieder ab. Drücken unsere Schultergürtel richtig raus. Und jetzt hier einfach die Beine im Wechsel ausstrecken. Ja. Hängt hier nicht drin im Schultergürtel, sondern drückt euch wirklich bewusst nach oben raus. Immer noch rausdrücken. Nicht runtersinken im Schultergürtel. Atmen. Über die Hälfte ist schon rum bei der Übung. Insgesamt haben wir gleich Halbzeit. Und Rocker lassen. Hände, Arme schütteln, ausschütteln. Und dann machen wir die Ausfallschritte vom Anfang nochmal. Wir starten wieder mit dem rechten Fuß vorne. Wieder so groß machen, dass die Ferse hinten oben ist. Aufrecht bleiben. Und Auf und Ab erwegen. Schaut einfach gerade nach vorne. Langer Hals. Noch 10 Sekunden. Und dann machen wir die Ausfallschritte. Und wieder oben bleiben. Kurz lockern die Beine. Ausschütteln. Und natürlich auch wieder Seitenwechsel. Linker Fuß ist vorne. Ferse hinten bis gleich oben. Bleibt aufrecht. Und auf und ab. Schaut auch hier gerade nach vorne. Nach der Übung geht es immer runter auf die Matte. Aber dauert noch einen Moment. Und wieder Saugger lassen. So, und zwar gehen wir runter in den Stütz. Hände aufsetzen. Hände sind ungefähr unter der Schulter. Beine nach hinten ausstrecken. Bauchspannung und die Knie im Wechselrichtung Brust reinziehen. So weit reinziehen, wie es geht. Langsamer oder gern auch schneller. Schultern immer Richtung Hüfte schieben. Und natürlich atmen nicht vergessen. Und mal weiter, und mal weiter. Ziehen, ziehen, ziehen. Wieder noch 10 Sekunden. Und absetzen. Hände ausschütteln. So, jetzt einmal rumdrehen. Beine wieder lang machen. Hüftbreit ungefähr. Hände könnt ihr irgendwie aussetzen. Total egal. Wir wollen den gesamten Körper anheben. So, und los geht's. Richtig hoch schieben. Po zusammenklappen. Bauch ranziehen. Schaut auch hier einfach direkt nach vorne oder nach schräg oben. Und nicht absinken. Spürt doch mal in eure Hüften hinein, ob die wirklich auf einer Ebene sind. Oder ob ihr irgendwie schief runterhängt an irgendeiner Stelle. Po ist immer noch fest. Hüfte ist immer noch oben. Gleich geschafft mit der Übung. Und absetzen. Jetzt legen wir die Füße, die Fersen. Eigentlich nur hier rauf. Arme liegen locker, neben dem Körper, Handinnenflächen nach oben drehen. Und dann die Hüfte heben und senken. Heben, senken. Richtig rausschieben. Po oben immer kurz zusammenkneifen beim Senken locker lassen. Nicht ablegen, nur auftippen. Und locker lassen. Ausschütteln. Wir rutschen ein bisschen dichter. Die Fersen sind immer noch nur drauf. Aber wir haben rechten Winkel zwischen Bade und Oberschenkel und Bauch. Hände hinter den Kopf. Und dann gerade auf und abrollen. Zehenspitzen zieht ihr Richtung Knie. Lass die Schultern locker auch wieder schräg hochschauen. Bauch immer ranziehen, auch beim Abrollen. Oberkörper nicht ablegen. Zieh die Schultern bitte immer wieder weg vom Boden. bemühen. Und dann wieder schräg hoch. Und dann wieder schräg hoch. Wir wollen nochmal die Hüfte auf und abbewegen. Wenn es jetzt vielleicht, also es kommt die Übung hier nochmal, wenn es vielleicht jetzt irgendwie unangenehm in der Kniekehle wird, dann setzt die Füße auf und macht die Bewegung so. Die Beine sind ziemlich lang, bei dem einen oder anderen vielleicht sogar richtig überstreckt. Ja, sonst nehmt die Füße runter, stellt die Füße auf den Boden auf. Aber keiner legt die Hüfte ab, alle tippen immer wieder nur unten auf. Noch 8 Sekunden. Und wir rutschen wieder ein bisschen dichter. Einmal noch die Beine 90 Grad an Linke. So, noch die schrägen Bauchmuskeln dran. Hände wieder hinter den Kopf. Und jetzt aber im Wechsel rechts schräg hochdrehen, abrollen. Links schräg hochdrehen, abrollen. Auf geht's. Zehenspitzen wieder mit Richtung Knie ziehen. Nicht am Kopf rumreißen. Der soll relativ locker und entspannt in den Händen drin liegen. Immer ein Schulterblatt vom Boden wegziehen. Und Füße runternehmen. Wir kommen nochmal rum in den Stütz. Und zwar geht jetzt die Hüfte immer hoch und tief. Und beim Hochkommen geht die rechte Hand Richtung linken Fuß. Alles senken. Linke Hand Richtung rechten Fuß. So weit wie ihr kommt. Auf jeden Fall geht die Hüfte hoch und tief. Und beim Tiefgehen achtet darauf, dass ihr nicht durchrauscht nach unten. Ja, also schon immer mit schön viel Körperspannung. Nicht ins Ruhekreuz, dann seid ihr zu weit. Und wenn ihr an den Fuß nicht rankommt, ist das nicht schlimm. Ja, es geht mir um die Richtung. Und darum, dass ihr die Hüfte rauf und runter geht. So, dann. Die nächste Übung geht aus der Position heraus. Und zwar vorhüpfen. Und nur in die Kniebeugeposition kurz kommen. Hände aufsetzen. Hüpfen nach hinten. Hüpfen nach vorne. Kniebeugeposition. Wenn ich springen, geht wieder Schritt, Schritt vor. Schritt, Schritt zurück. Kniebeuge. Wer Schritt, Schritt macht, mal mit dem rechten Fuß vor. Mal mit dem linken Fuß zuerst vor. Ja, und wenn ihr jetzt wieder hüpft, auch wieder schön Körperspannung. Und bei den Kniebeugen, weil diese kurze Kniebeugeposition ist, der Rücken gerade. Ja, zieht die Schultern wieder nach hinten. Und hoch, komm. Wir gehen wieder an den Stuhl. Noch mal vorne raussetzen. Hände gehen hier vorne wieder so ran, dass ihr vorne die Kante greifen könnt. Füße stehen, Hüftbreit, Hüfte ablösen. Und jetzt im Nackenbereich rein sinken, rausschieben. Rein sinken, rausschieben. Ja, die Schultern wandern Richtung Ohren. So nach dem Motto, ich habe keine Ahnung. Arme bleiben immer lang. Und drückt euch wirklich weit nach oben raus. Der Nackenbereich ist ja meist verspannt. Den kräftigen mal regen die Durchblutung an. Und noch mal raussetzen. Hände kurz lockern. Und dann ein bisschen zurücklehnen. Ja, nicht anlehnen, nur zurücklehnen. Brust raus, Bauch rein. Eventuell festhalten. Und mit den Beinen Fahrrad fahren. Vielleicht setzt ihr euch auch seitlich auf den Stuhl. Falls die Lehne irgendwie im Weg ist, dann könnt ihr euch auch so setzen. Haltet euch vielleicht sogar fest. Könnt ihr euch aber auch weiter zurücklehnen. Atmen. Schultern bleiben locker, egal wie ihr jetzt sitzt. Wer auf der Couch sitzt, ich hoffe, sie ist nicht zu weich. Zehn Sekunden noch. Und so viel Übung kommt nicht mehr. Und absetzen. So, noch mal hinstellen. Beine noch mal öffnen. Kniebeuge noch mal. Ganz normal, Arme nach hinten nehmen. Wir gehen in zwei Schritten tief in zwei Schritten hoch. Also tief, tief, hoch, hoch. Tief, tief, hoch, hoch. Tief, tief, hoch, hoch. Und wirklich mit der Hüfte runter. Fersen bleiben unten. Tief, tief, hoch, hoch. Tief, tief, hoch, hoch. Hoben bleiben. Kurz ausschütteln. Die Beine noch weiter öffnen. Jetzt die Füße in die Diagonale drehen. Haben wir in der Nadel, haben wir es schon mal gemacht. Wir bleiben relativ aufrecht und gehen so weit runter, wie es geht. Ja, vielleicht sogar auftippen. Auf jeden Fall mit der Hüfte richtig runter. Knie bleiben schön hier außen. Ja, lass die nicht nach innen fallen. 15 Sekunden nach. Und locker lassen. So, stellt ihr euch mal an ein Mattenende oder irgendwo, wo er Platz hat hin. Und zwar tippen wir zügig nach rechts und zügig nach links. Ja, und wer, wie gesagt, auf der Matte hin und her tippe, nimmt einfach seine Mattenlänge. Ja, kleine, schnelle Schritte. Zack, 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 rechts. Zack, 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 nach links. Fester Oberkörper. Jetzt feste Körpermitte. Auch der Schultergürtel ist fest. Klein und eben schnell. Schnell. Weiter, 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 weiter. Zehn Sekunden noch. Und locker lassen. So, eine Übung noch. Dann dehnen wir noch ein bisschen mit Entspannen. Und zwar Scher springen. Ja, wer nicht springen möchte, tippt einfach vorne im Wechsel auf. Ja, bei Gott auch gar nicht hoch springen. Mal damit nach vorne boxen. Wenn der rechte Fuß vorne ist, boxt der linke Arm nach vorne und umgekehrt. Ja, mal über Kreuz boxen. Bis zum nächsten Mal. Sonst nicht ganz warm. Ciao. 蘇, warte, warte, warte. Jetzt fällt ráp, rein. Habt ja auch nichts. Bis zum nächsten Mal. Toast Corinthians Seit Hariginen und stopp. Atmet tief durch, setzt euch dann einfach mal hin und streckt mal die Beine aus, öffnet sie so weit es geht und dann lebt euch mal zum rechten Bein rüber, so weit wie es passt, den Kopf einfach hängen lassen, atmet nochmal tief durch, lasst die Atmung dann ruhiger werden hoch, komm, nach vorne krabbeln, auch hier so weit vorkrabbeln wie es geht, den Kopf hängen lassen, auch die Schultern ziemlich locker lassen, die Oberschenkelinnenseite soll ziehen auch wieder hochkommen und nach links rüber lehnen und hoch, komm, dann die Beine einmal nach vorne nehmen, die du verschlossen hast und auch hier einmal so weit vorlegen wie es geht, lasst die Beine lang, ist total egal wie weit ihr da vorkommt, aber lasst sie lang und auch wieder hoch, komm, stellt mal die Hasen locker auf, Hände, Finger aneinander, Hände hinter den Kopf nehmen, Schultern bleiben locker, jetzt macht ihr euch einfach mal nach vorne rund, wirklich so rund wie es geht, Ellbogen in Richtung Knie, Richtung Oberschenkel und dann aufrichten und dann zieht ihr die Arme auch richtig weit nach hinten und dann einfach wieder rund machen, nicht am Kopf rumreißen, ja, die Hände sind dann nur locker angelehnt, macht es in eurem Tempo, aber wie gesagt, beim Aufrichten wirklich die Arme, Ellbogen weit nach hinten ziehen, beim Rundmachen zieht es wahrscheinlich hinten am Hals, zwischen den Schulterblättern und dann nochmal richtig aufrichten, zieht mal die Ellbogen nochmal weit nach hinten und locker lassen, einmal auf den Bauchwitz legen und dann den rechten Fuß greifen, Ferse zum Po ziehen, eventuell noch die Hüfte Richtung Boden drücken und locker lassen, anderen Fuß schnappen, auch wieder zugreifen, weit Richtung Po ziehen, Hüfte zum Boden drücken, wenn es gar nicht zieht vorne Oberschenkel und auch wieder locker lassen Geht mal beide Hände aufeinander, Stirn rauf, beide Beine anminken, ganz locker nach rechts und links schlenkern lassen Hüfte kann mitdrehen, ganz locker, ganz entspannt und wieder ausstrecken, drückt euch nochmal hoch auf die Hände, die Knie und dann entweder macht das dann richtig schön Katzenbucke, ja so rund machen wie es geht oder bringt den Po Richtung Fersen, wie ihr möchtet und dann legen wir uns auf den Rücken, stellt die Füße hier nochmal locker, Hüftbleib auf, Arme legen, Körper ablegen und rollt mit der Hüfte Wirbel für Wirbel nach oben auf und wieder ab und wieder ab und ganz entspannt Auch hier bleiben die Beine, die Knie im gleichen Abstand und lasst die Bewegung in der Lendenwirbelsäule rund werden Wirbel für Wirbel, einmal wieder noch und dann lasst ihr die Hüfte liegen, wenn ihr unten angekommen seid streckt die Beine nochmal am Boden aus, nehmt die Arme über den Kopf und regelt und streckt euch, schiebt den Wechsel alles weit raus rechten Arm, rechtes Bein, linken Arm, linkes Bein regeln und strecken und dann alles auf einmal rausschieben tief einatmen und beim Ausatmen locker lassen so, dann nehmt ihr die Arme mal ganz entspannt in den Körper und dann, wie am Anfang erwähnt, gibt es halt ein bisschen was für die Entspannung ist keine Entspannungsgeschichte, sondern wir wollen uns mehr auf den Atem konzentrieren und eben auf den Körper ja, also die Aufmerksamkeit einfach nur auf uns lenken ja, ihr liegt ganz bequem könnt die Augen gerne schließen du liegst ganz schwer und etwas K.O. auf deiner Matte du hast deine Augen geschlossen und spürst in deinen Körper hinein ob irgendwo noch etwas von der Unterlage oder von deinen Sportsachen her drückt sollte dies der Fall sein dann beseitige diese Störquelle und lege dich dann wieder ganz entspannt hin und versuche nur meiner Stimme zu lauschen blende alles andere um dich herum aus lenke als erstes deine Aufmerksamkeit auf deine Füße deine Füße sind nach außen gefallen und deine Zehenspitzen sind locker spüre, wie deine Fersen den Boden berühren und mehr und mehr und Boden versinken nun wanderst du mit deiner Aufmerksamkeit zu deinen Unterschenkeln du spürst, wie deine Waden den Boden berühren und auch an welchen Stellen sie ihn nicht berühren spüre, ob die Kniekehlen auch den Boden berühren oder ob es hier etwas Abstand zwischen dir und dem Boden gibt spüre, wie deine Oberschenkel sind ganz gelöst und entspannt spüre, wie dein Gesäß den Boden berührt und nun bist du mit deiner Aufmerksamkeit am Rücken angekommen spüre den unteren Bereich deines Rückens dann den oberen Teil des Rückens deinen Brustkorb, deinen Rippen spüre, wo dein Rücken auf dem Boden aufliegt und wo nicht lege nun deine Hände locker auf deinen Bauch und spüre deine ruhige Atmung dein Bauchdecke hebt sich sanft mit der Einatmung und senkt sich wieder mit der Ausatmung Atme nun mehrmals richtig tief durch deine Nase in deinen Bauch ein und dann ganz bewusst bis aufs Letzte durch deinen Mund wieder aus Spüre, wie sich deine Bauchdecke und damit auch deine Hände deutlich heben und mit der Ausatmung wieder senken Mit jeder Ausatmung fließt mehr und mehr Anspannung aus deinem Körper und du versinkst mehr und mehr im Boden wirst schwerer und wärmer Atme ein letztes Mal ganz bewusst tief ein und auch wieder aus Lege deine Arme Lege deine Arme danach wieder ganz locker neben dem Körper ab und lass dabei auch deine Finger entspannt Deine Aufmerksamkeit Deine Aufmerksamkeit richtet sich jetzt auf deinen Nacken und Schulter sowie auf deinen Kopf und dein Gesicht Deine Schultern hängen runter und dein Kopf ist ganz schwer Spüre auch hier den Kontakt mit dem Boden Berührt dein Hals den Boden oder nur Schulter, Gürtel und Kopf Lass dabei dein Gesicht locker, das heißt deine Stirn, dein Kiefer und auch deine Zunge sind ganz entspannt und gelöst Je entspannter dein Gesicht und Kiefer sind, desto besser entspannt auch dein Nacken Dein ganzer Körper ist nun ganz warm, gelöst und entspannt Dein Atem fließt ruhig und gleichmäßig in deinen Körper ein und wieder aus Ein und wieder aus Dein ganzer Körper ist ganz ruhig und warm Dein Atem fließt ruhig und gleichmäßig in und wieder aus Dein Atem fließt ruhig und gleichmäßig in und wieder aus Tief ein und wieder aus Fängst dann an deine Füße hin und her zu bewegen Balzt deine Hände zu Fäusten zusammen Und dann regelst du dich, streckst dich, gehst, aktivierst deinen Körper wieder Auch die Augen kannst du wieder aufmachen Komm im Raum wieder an in deinem Zuhause Du kannst dich gerne noch ein zweites Mal regeln und strecken oder auch einfach die Beine, die Arme etwas ausschütteln Wie es dir am liebsten ist Wie es dir am liebsten ist Du kannst dann gerne noch etwas lieben bleiben Ich verabschiede mich hier an dieser Stelle Ich hoffe ihr hattet wieder Spaß Ich wünsche euch noch einen schönen Abend Und sage bis nächste Woche Bis bald Ciao Ciao